Moin und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe der HSV VBL Show. Die Saison ist inzwischen vorbei und darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast Testotier sprechen. Darüber hinaus wollen wir natürlich schauen, was in den nächsten Wochen bei unseren eSports Jungs ansteht und haben auch wieder ein Showmatch für euch vorbereitet. Beim letzten Mal hatten wir die Ehre mit Rick van Drongelen, heute ist der Hamburger Rapper und bekennende HSV-Fan Millionär am Start. Dementsprechend würde ich sagen, lasst uns direkt rein starten in die dritte Ausgabe. Moin Testo, cool, dass du da bist. Lass uns erstmal vielleicht über dich persönlich sprechen. Seit wann bist du denn jetzt eSports Profi und wie hat das eigentlich alles angefangen bei dir? Also ich bin jetzt Profi seit 2018, seit Januar 2018 und angefangen hat das Ganze halt mit Food Champions. In FIFA 17 habe ich angefangen damit und halt immer bessere Ergebnisse gezielt und dann halt mein erstes Turnier gehabt am Januar 2018 vor Champions Cup in Barcelona. Konnte dort die Top 8 auch erreichen und das war meine Anfänge. Was FIFA betrifft, bist du ein absoluter Profi. Gibt es denn eigentlich auch noch andere Spiele, die du richtig cool findest oder in deiner Freizeit irgendwie zockst? Ja, so Just for Fun ab und zu als Ausgleich mal Fortnite mit meinen Kummels oder GTA, aber meistens jetzt inzwischen halt Fortnite. Ist FIFA denn nach wie vor noch so richtig dein Lieblingsspiel, für das du virtuelle Liebe empfindest oder ist das für dich jetzt mehr zum Job geworden? Ja klar, es ist auch jetzt mehr zum Job geworden, aber man macht es immer noch mit Leidenschaft wie am Anfang. Jetzt ist es halt alles nur erfolgsorientierter. Jetzt braucht man halt noch mehr die Ergebnisse als am Anfang und ich denke, wir haben das auch gut gemeistert in der VBL. Unser Ziel war Top 10, das haben wir eindrucksvoll geschafft. Am Ende hätten wir noch Top 6 schaffen können und wir sind sehr zufrieden sein auf jeden Fall. Tester hat es gerade gesagt, die VBL-Saison ist inzwischen zu Ende gegangen und dementsprechend wollen wir jetzt mal zurückschauen auf die letzten Partien in der virtuellen Bundesliga und haben dafür etwas für euch vorbereitet. Bundesliga mit dem Das war's. Testo, letztendlich hat es ganz knapp nicht für die Top 6 gereicht. Ihr seid Siebter geworden. Seid ihr trotzdem zufrieden und glücklich über das Abschneiden oder überwiegt da die Enttäuschung? Ja, das Ziel war wie gesagt Top 10 gewesen, das haben wir geschafft. Am Ende, wenn man so knapp dran war, ist man natürlich am Anfang enttäuscht, aber es ist ja nichts verloren. Wir sind bei den Playoffs dabei und haben da die Möglichkeit dann ins Grand Final einzuziehen. Am vorletzten Spieltag habt ihr gegen den SV Sandhausen nur in Anführungszeichen 4 zu 4 gespielt. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen der Knackpunkt war? Ja, auf jeden Fall. Es sind halt neun Pflichtpunkte, wenn man die Top 6 erreichen will, dann muss man halt solche Mannschaften besiegen. Und zwar mit 9-0. Wir sind ja, wenn es nur nach den Siegen geht, sind wir Platz 3. Wir haben ja 13 Spiele, glaube ich, gewonnen in der VBL, aber meistens halt mit fünf oder sechs Punkten. Und das hat uns am Ende halt das Knick gebrochen für die Grand Finals. Du hast eben gerade schon die Playoffs angesprochen. Die stehen am nächsten Wochenende an, und zwar in Dortmund. Du wirst mit Quinten dort antreten. Sag doch mal, wie sind deine Erwartungen? Was kann man sich da von dem Turnier erhoffen? Es sind natürlich alles gestandene Profis dort, die da teilnehmen, gerade auf der PS4. Und es wird sehr schwer, aber wir spielen dort Ultimate-Modus, also mit drei Mannschaften pro Verein. Und es sind auch sehr gute Karten dabei. Und ich denke, der Modus sieht mir dann noch ein bisschen mehr als VBL, also beziehungsweise 85er-Modus. Und ich bin guter Dinge. So Testo, ich hatte es ja schon angekündigt, dein nächster Gegner wird kein E-Sports-Profi sein, sondern der Hamburger Rapper Milo Nair. Du kennst ihn ja inzwischen schon. Ich würde sagen, wir holen ihn mal dazu. Milo, komm gerne dazu. Ah, was geht ab, was geht ab. Reicht ihm doch gerne mal das Mic, wie er sagen würde. Milo, wenn man bei Social Media aktiv ist, dann bekommt man relativ schnell mit, dass du ja großer Anhänger des HSV bist. Klar. Wie ist diese Liebe zum Club entstanden? Erklär uns das doch mal. Ich habe das gerade schon den Jungs draußen erklärt. Die Liebe zum Club eigentlich ist, um ehrlich zu sein, entstanden durch A, mal in die Stadt, natürlich, ne. Ganz großer Punkt in der Story. Aber B, durch Mehdi Madavikia. Damals so 2000. War schon eine dicke Zeit. Okay. Erklär das mal ein bisschen näher. Was hat dich so an Mehdi begeistert? Der Jäger, was hat uns nicht an Mehdi begeistert? Mehdi Madavikia war die Eins, rechts außen, gib ihn hoch runter, ne. Hast du gesehen, wie das Stadion damals geschrien hat? Immer Mehdi, 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 Mehdi. Damals war so, er hat die Iraner stolz gemacht, ne. Und ich bin ja auch Iraner, bei uns ist ja jetzt nicht jeder zweite Fußballer. Von daher war es ein ganz großes Aushängeschild für uns. Neben Mehdi Madavikia feierst du ja auch unsere E-Sports-Jungs. Wie bist du auf die aufmerksam geworden und was findest du an denen so cool? Auf jeden Fall. Ich bin ja selber sehr FIFA-begeistert. Und durch einen Freund, den Tim Becker, der arbeitet ja auch bei euch, der hat mich dann einmal in die Loge eingeladen, gegen Heisen zu spielen. Und dann habe ich gegen Heisen gespielt. Hast du ihn natürlich abgezogen? Nein, ich habe knapp verloren, um ehrlich zu sein. Aber, ja, was soll's. Es war 80. Minute, glaube ich. 2-2. Und dann, also ich glaube, das dritte Spiel oder so. Und dann kam auf einmal Khaled Naray rein. Ich war so abgelenkt, ich war aufgeregt auf einmal so, weißt du. Dann kam so ein Spieler rein und dann, boop, habe ich einen Elfmeter kassiert und dann habe ich 4-2 verloren. Okay. Aber insgesamt würdest du sagen, dass du schon fit bist, was FIFA angeht? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein überdurchschnittlicher Straßenspieler, würde ich sagen, wenn ich mich selber irgendwie betiteln müsste. Okay. Gleich spielst du ja das Showmatch hier gegen unser Test-Sortier. Hast du schon mal gegen ihn gezockt, oder? Äh, wir haben einmal gegeneinander, nee, haben wir gespielt? Ja, haben wir, ne? Ja, und ich habe verloren. Okay. Knapp verloren. Knapp verloren. Alles klar. Dann schauen wir mal, wie gleich der nächste Vergleich zwischen den beiden ausgeht. So, Milo, inzwischen sind wir hier in der E-Sports-Arena angekommen, dem Arbeitsplatz von Test-Sortier. Hast du hier schon eine Taktik zurechtgelegt, wie du ihn gleich weghauen willst? Und ich gehe grundsätzlich eigentlich nur auf Fouls, weil wir ja ohne Regeln spielen. Auf Abseits-Fouls, alles, was das Herz begehrt. Und sonst in der Regel eigentlich immer Dreiersturm, schön Tempo über außen reinknallen, das Ding. Weißt du, was ich meine? Vorne ist Mandzukic. Er macht ihn. Wenn nicht, habe ich das Pferd hinten links, äh, vorne links. Ronaldo ist ja jedem FIFA-Spieler bekannt als das Pferd. Er kann alles. Weißt du, was ich meine? Ja, man. Darauf bauen wir. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Milo hat es schon gesagt, wir spielen wieder ohne Regeln im 85er-Modus. Und ich würde sagen, lasst uns rein starten. Das ist ja sechs wie alle, Digi. Pass mal auf jetzt, Alter. Du wirst sehen. Haha, komm. Alter, Digi. Digi, wohin? Hey, sind die Profis übertrieben gut, die anderen? Also so übertrieben, übertrieben? Auf der Konsole? Ja. Ja, da haben wir... Da sind das auch einfach nur Straßen, also so Spieler, die... Nee, das ist ja... Ah, leider, das wäre für mich ja. Pferd. Viele Spieler auch, aber die sind auch im ersten Raum für Interesse. Das war locker abseits gerade, ne? Nein, Digi! Warum macht ihr den nicht, Alter? Die Baller. Da war ich recht, oder? Weiß ich nicht. Ich war recht, wie sagt man? In der Hitze des Gefängts. Ja, die haben wir auch gefällt. Nein, Digi! Ganz entspannt. Richtig Glück, Digi, was sagt ihr? Habt ihr gesehen, das andere Ding, ne? Auch so, die anderen können das sehen, das andere Ding. Was ist so der klasse Jubel, Digi, wofür man richtig auf sich Mühe geben muss, Digi? Ja, dieser Tanzreben zum Beispiel. Ja? Aber du hast gerade einen ausgepackt, sagst du? Ja. Aber der ist noch nicht vorkant, aber das soll man auch besser laufen. Weil ich fahre ja noch diese Tänze eigentlich, aber meistens gibt es schon. Nein, Digi, warum spielt der nicht flach, Digi, wenn der schon abseits steht? Abseits? Ich weiß nicht. Vor Holz. Vor Ulic. Den juckt, Digi. Nein, Digi, ich höre immer diese beschissene Trick. Wie heißt der nochmal? Eltonado. Eltonado! Ne, da war der andere besser. Der andere hat auch wenigstens was geleistet, ich war gerade gemacht. Ach, Digi! Nein, Digi. Ja, 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 mach da auf, ne? Nein, Digi, mach doch wenigstens einen Ding. Nein, ich habe auch noch einen Torwart zu machen. Vielleicht kann ich mir das nicht machen. Vielleicht kann ich mir das nicht machen. Vielleicht kann ich mir das nicht machen. Echt jetzt? Ich denke, das müssen wir mal beigen. Mein Plan war, es nicht so zu schmeißen. Ja, gut gespielt. So, der angekündigte 85er-Modus wurde von Milo kurzerhand abgeschmettert. Aber wenn das einer darf, dann ist das unser heutiger Gast. Milo, hat es dir leider nicht so richtig was. Du hast mit 2-0 verloren, trotzdem eine gute Partie von dir. Dein Statement? Ich hatte eine große Torchance. Wenn die reingegangen wären, wäre das ganze Spiel anders so ausgefallen. Aber der Spieler hat sich da, ich weiß nicht, wer war das da über rechts? War Dybala, er wollte nicht so wie ich wollte. Und dann ist alles seinen Weg gegangen. Dieser El Tornado, davon lasse ich mich immer wieder irgendwie mobsen und flachsen. Aber im Großen und Ganzen ist Testo auf jeden Fall der bessere Spieler. Weil er ist auf jeden Fall ein mieser Pro. Zieht euch das rein, alle die Fifa spielen, damit ihr auf jeden Fall ein paar Skills abholt und die selber benutzen könnt. Ich werde euch auf jeden Fall alle zersägen. Denkt nicht, ich bin schlecht. Ich habe gegen 2-0 gespielt, andere Leute haben gegen 5-0 verloren. Na ihr wisst Bescheid. Das war doch das passende Statement zum Abschluss. Wir sagen vielen, vielen Dank an Milo, an Testo, dass ihr heute dabei wart. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Zocken. Gangster Ticken Anders Bruder, du weißt. Gangster Ticken Anders Album kommt. Das Album kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wünschen euch noch viel Spaß weiterhin und sehen uns dann bei der nächsten VBL Show. Bis dahin.